Und damit willkommen zurück zu Crossfire. So, eine weitere Kommando-Mission. Ich bin Anfang, aber der Anfang, der hat es wirklich in sich. Das ist nicht einfach. So, brauche ich das mal weg. Guck ab, wer die nervt natürlich. Haut die mal weg, haut die mal weg. Wir müssen eine Verstärkung holen. Die brauche ich jetzt hier. Gerade gegen die Infanteristen. Geh dann mal weg, bevor du drauf gehst. Ab nach unten. Wir sind ein bisschen stärker. Zack, zack. Lauf, 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 lauf. Hoch mit euch. Es war noch mehr Flugabwehr, aber probieren es trotzdem mal aus hier. Sniper-Teams hier drin. Mit dem Wind. Können wir überhaupt nach oben mit euch. Der Weg ist klar. Ja, die ganzen Truppen, die hier rumlaschen, das macht überhaupt keinen Spaß gegen die zu kämpfen. So, Versorgungskills erstmal holen. Hier oben ist noch ein Rang zum Befördern. Wir gehen. Wir gehen. Es ist unser Weg. Wir gehen. Es ist unser Weg. Wir gehen. Der Weg ist klar. Wir gehen. Es ist ein bisschen knifflig hier. Der Weg ist klar. Es wird immer ganz gerne die behalten wollen. Es ist unser Weg. Wir gehen. Wann du bereit bist. Wartend, wenn du bereit bist. Wir gehen. Okay. Ich verstehe. schon getriggert. Gucken wir mal, wie weit die hier oben sind. Gut, versteck dich mal. Ich möchte unbedingt die Kiste haben, aber die wegzuschießen, das bringt auch nichts. Die werden immer wieder nachgebaut. Wir können ja natürlich auch hier hinlocken. Okay. Ich verstehe. Geh. Ich verabschiede. Okay. Wir packen mal auf zwei. In silence. Hätte ich mir auch natürlich auch für sie gewünscht. Aber man kann ja leider nicht alles haben. Deswegen müssen wir das ein bisschen abwarten. Ich meine, die Kiste wäre auch noch eine zum Befördern. Bin mir jetzt aber nicht so sicher. Die ist zum Heilen und die wäre, glaube ich, eine Beförderung. Beförderung. Die laufen immer hier im Kreisraum, wie in einer Tour. Muss man natürlich den richtigen Zeitpunkt auch abwarten. So, bleiben wir hier so stehen. Be bereit. Die Weg ist klar. Am besten hier, ja, du machst das schon richtig da. Eine sehr gute Übersicht. Können die Kraftwerke noch sprengen? Natürlich, ich bin bereit. Aber jetzt, wenn sie weit genug weg sind. Das ist noch zu nah. Let's get acquainted. Gehen. Ich verabschiede. Gucken, ob das funktioniert, wenn wir hier stehen bleiben. Das ist wirklich sehr knapp. Ja, die kommen sehr nah an uns ran. Problem ist, das sind noch die Grenadiere. Hier sind noch Wachtürme. Ich arbeite alleine. Wachtürme hinschaffen. Ne, ist das zu riskant, das hier hinzugehen. Und ich liebe einmal so rum. Was meine ich? Denken sie auch. Hm, hm. Eine ganz bescheidene Mission wieder. Also generell, Kommandomissionen dieser Mod sind sehr, sehr anstrengend. Ja. Ja. Richtigen Zeitpunkt abwarten. Und lauf. Okay. Ich verabschiede. Okay. Gehen wir wieder in unsere Ecke rein. Hier lohnt es sich nicht. Hier ist das Geschütz. Gehen. Okay. Ich verabschiede. Ich versuche das mal hier vorne. Auch sehr riskant hier rein zu gehen. Weil hier auch ein Wachturm ist. Weiß nicht, ob sie das überlebt. Aber wenn die Fässer hochgehen, die Kaserne, das weg, können wir uns nach und nach um die hier kümmern. Können wir uns auch auf heroisch machen. Wenn die Türme weg sind, also die Flugabwehrtürme. Ah, ein paar Fanatiker. Und sobald es in der Basis reingeht, dann können wir auch ein paar Superfähigkeiten wieder einsetzen. Die brauchen wir hier auch. Ganz dringend. Ja, guck mal, bis der letzte hier weg ist. Das ist ein ganz enges Zeitfenster hier. Und los. Drauf. Schrott. So, das ärgert man sich mal ein bisschen. Man sieht also, dass er nichts ziehen kann. In der Haltkiste. Jetzt renn. Jetzt renn. Renn, 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 renn. Und wir mit ihr mal hier in die Ecke rein. Ich dachte, das wäre eine Beförderungskiste. Nein, dann ist die hier wahrscheinlich hier mit bei. Ah, schade. Sind's alle dicht bei dicht. Wäre schön, wenn man sie jetzt hier töten könnte. Alle auf einmal. Das Risiko ist viel zu hoch jetzt hier. Sollen sie mal ihre Runde laufen? Können wir das mal ausprobieren. Das funktioniert. Das wäre echt ein Traum. Wenn wir den ganzen Trupp hier auslöschen könnten. Also die alle hier. Den und den separat. Gucken, dass wir hier schnell wegkommen. Naja, probieren geht vor, studieren, ne? Einige sind draufgegangen. Aber sie kriegt einiges ab. Was die von da oben runterschießen können, das geht überhaupt nicht klar. Zack, weg. Wie konntet ihr die jetzt sehen? Fragen oder Fragen. Okay, er ist vereinzelt. Komm, wir machen mal den Rest hier weg. Okay. Ja, das Kommando hier ist wirklich nicht zu empfehlen. Sehr, sehr schön mit denen hier zu spielen. So, er ist auch weg. Irgendeine Kiste gibt mir noch einen Rang. Man sieht ja, wie schwach sie ist. Da ist der Rang gewesen, super. Ganz toll. So, ihr kommt mal alle mit. Ja, es ist schon ein bisschen stärker. Hier kommt mal alle mit. Ich verstehe. Ihr wart hier vorne. jetzt kommt der lange weg in die basis rein unsere basis die unter beschuss steht packt das nicht ja alles gut weg mit den leuten weg mit den leuten zum glück reparierte unser baukran hier alles ach ja richtig bau hat er auch noch hier das gerät ein bisschen mitkommen wir sollen mich hier mal weiter ein muss man trotzdem aufpassen hier unten ach diese mission genau deswegen brauchen wir alles hier jetzt mal das hier ja ich weiß machen wir das weg hier genau brauchen wir das hier erst einmal ein bisschen geld haben erst einmal ein bisschen verteidigen techlabor euch schenke schon mal was select target noch einmal landen ganz wichtig dass man die bekommt auch da hier alles upgraden passen das passt ja nicht scheiße aber man hat da hin wir gehen schon mal zur oberen basis hin ich brauche ich woanders der steht hier gut 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 construction complete noch ein schön pushen hier dass er nichts mehr machen kann also wie gesagt der anfang ist wirklich horror hier aber jetzt im nachhinein sobald die basis da ist und ihr könnt hier bauen gar kein problem mehr auch die juggernauts sind auch hier kein problem und zwar heroisch ist aber nicht so schlimm so haben wir das gemacht perfekt und unten entdeckt bleiben ihr sollt runter gehen nicht nach oben wir haben unser target bleibt mal hier wo ist der rest ach so hier kommt schon gut kommt mal mit wie immer herr stau so die nächste basis angreifen dauert noch und nächste basis durchrushen hier alles gut kommt kommt weg damit vielleicht müssen noch die ab die juggernauts kommen auch wie niedlich nicht der kommt schon macht weiter nicht aufhören Wo sind die Jagannats? Ja, sind schon dabei. Ich bin jetzt hier. Shadows in waiting it must not exist. Na komm schon. Wo sind sie denn? Ah, da sind sie ja. Mal einen kleinen Vergleich. Standard-Avatar. Vergleich zu so einen. Dezent größer. Sind die schon abgegradet? Hm. Warum auch immer ich das nicht machen kann, ich weiß es gerade nicht. Gut, ist aber auch jetzt nicht unser Problem. Nein, man konnte das umgehen. Oh. Ja, soja. Man kann es umgehen. Den Trick, den wusste ich auch noch. Da sind sie. Wo ist es doch, was wir noch kommen? So, die sind schon mal weg. Das ist sehr gut. Ihr dürft nicht fehlen. Findet ihr nicht irgendwo hier? Unit unter Attack. Anliegenunit auf der Weg. Da ist es. Shadow Team. We have our target. Be ready. It will be done. We have our target. Warte hier vorne durchzulaufen, ne? Naja. Nicht schlimm. Unit unter Attack. Zack. Zack. Geht mal hier vorne, das Gerät kommt mal mit. Kann man kurz den Weg freimachen. Der Rest der Gegend ja wie geschmiert. Ja, alles gut. Ist nur der Sammler. Zack weg, zack weg. So, GI-Bars ist komplett vernichtet. So, mit ihnen jetzt nach Sarajevo hin. Ach ja. Oh, komm, bewegt dich. Selekt target. Perfekt. Mission accomplished. So, trotz der anfänglichen schweren Situationen, trotz noch gut gemeistert hier. So, alles bekommen. Natürlich. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und bis dann. Bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.